Vielleicht haben wir uns überschätzt Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst Doch ich weiß nicht, ob das reicht Wie viel Zeit uns noch bleibt Was machst du denn da? Ich arbeite am Explosiv für meinen, ich meine unseren Abschlussfilm Streber, Weichei Komm mal runter, du bist immer so aggressiv Du ein Loser, nur wegen dir kommen wir nicht weiter Verdammte Scheiße Nur durch mich ist noch nicht alles aus dem Ruder gelaufen Deinetwegen ist immer alles so langweilig und spießig Wenn wir uns noch was trauen würden Trauen? Die Kontrolle verliehen meinst du wohl? Du bist so... Scheiße, so doof Negativ Dann werd doch mal konkret Gerne, wie so ein langweiliger Magazinbeitrag Das machen doch alle Immer schön auf Nummer sicher Dann mach doch mal was mit Pep Was cooles Das interessiert die doch nicht Die wollen doch nur sehen, dass man ihre Vorgaben einhält Kannst die doch an die Vorgaben halten Und trotzdem was machen, was rockt Mensch, mach doch einen Kurzfilm Da hast du viel mehr Möglichkeiten, was Kreatives zu machen Kreativität? Wir haben uns doch schon ganz zu Anfang der Ausbildung gesagt Kreativität könnt ihr vergessen Feigling Und wieso überhaupt Filmen? Da mach ich lieber ein Radiofeature oder ein Hörspiel Dünnbrettbohrer Find ich blöd Na mach doch Naja, nee Ist auch nicht gut Kann ja keiner was genaues sagen Ich auch mal bloß Ton find ich viel schwerer Und auf konkrete Fragen weiß keiner eine Antwort Und es gibt keine Referenz Beim Magazinbeitrag aber schon Magazinbeitrag Magazinbeitrag Ich kann es nicht mehr hören, verdammt Möglichst noch zum Thema Großstadt, ne? Schön ein paar Bilder Berlin bei Nacht Festival of Lights Kotz Nicht mit mir, Alter Ja, komm zurück Ohne dich schaffe ich es nicht Also doch Kurzfilm? Kurzfilm, ich weiß nicht Da braucht man Darsch Eine gute Idee Und überhaupt Ich hab die Idee Wir machen einen Film zum Thema Streiten und Vertragen Darsteller Du und ich Zeigen wir einfach Wie wir uns streiten Zum Beispiel über unser Prüfstück Und am Ende Einigen wir uns Und vertragen uns Hört sich nicht schlecht an Ist das nicht ein bisschen unglaubwürdig? Ich meine, wir beide und uns vertragen Hallo? Sind wir nicht gerade dabei? Ja? Ja Ja Und um das Dreipunktlicht einzubauen Machen wir am Ende eine Einstellung Wie wir beide verschmelzen Und wieder eins sind Super Idee Du bist der Beste Nein, du bist der Beste Wir sind der Beste Wir sind der Beste Das dritte Beste da ist riesig Untertitelung des ZDF für funk, 2017